Hallihallo, heute mal ein kleiner Linktipp, äh Linktipp. Und zwar, Freiksmagazin 8 2014 ist erschienen. Nun, nicht jeder kann sich eine teure PC-Zeitung leisten und das Freiksmagazin ist dann immer eine gern gesehene Alternative, wo man sich auch mal, außer bei YouTube, mal genau was lesen kann, ein schönes Magazinchen. Zum Beispiel habe ich gesehen, Administration von Debian & Co. in Textmodus Teil 1. Das ist also ein mehrteiliger Beitrag, der sich von Monat zu Monat fortsetzt. Geht da mal drauf. So, da gibt es einen Workshop. Den ersten Teil überspringe ich mal kurz. Und zwar braucht man im Verlauf des Workshops anscheinend zur Übung zwei VMs, also virtuelle Maschinen in Virtualbox, überspringe ich jetzt mal. Wer nur mal reinschnuppern will, geht mal bis zum Punkt Root werden. Da fängt man ganz normal an mit den Grundlagen, wie man im Terminal arbeitet. Ich hatte auch schon diverse Videos gemacht, aber jeder Autor setzt ein bisschen anders an. Man sieht dann auch mal Befehle, die man vielleicht vorher noch nie verwendet hat und man wird nicht dümmer dadurch. Wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Also wie gesagt, wer dem Beitrag folgen will, kostet kein Geld, kann man sich auch als PDF mal wegspeichern. Da gibt es eine PDF-Version, kann man sich abspeichern. Bei Bedarf nachlesen, wenn zum Beispiel die Internetverbindung down ist. Dann wäre es schön, wenn man eine PDF-Version hat. Und über die folgenden Monate die PDFs mal sammeln, abspeichern und griffbereit haben, wenn mal wieder gar nichts geht. Wenn ihr nur im Textmodus ins Terminal kommt. So wie hier, der Rekord, mein Desktop. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.